Heute machen wir diese Pustemonster. Das ist ganz einfach, dafür braucht ihr nur ein Finsel, Strohhalm, Wasserfarbe und Filzstifte. Und zwar brauchen wir Farbkleckse auf dem Blatt. Und dann pustet man mit dem Strohhalm das ein wenig auseinander. Wenn das dann getrocknet ist, dann könnt ihr da Augen draufmalen, Gesichter, Füße, wie auch immer. Dann sieht das nachher so aus.